Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge One Piece Odyssey hier auf meinem YouTube-Kanal. Und nachdem wir in der letzten Folge Don Flamingo quasi zweimal besiegt haben, gucken wir mal, was in der heutigen Folge auf uns wartet hier. Schönen, den man überhörteren, der hat ich hier ausgesМogen. Ich gehe noch mal, wenn ich so eine치 please. Das ist praktisch . Soll dich, was du hier machen? Du sie- Flamest dich! Das ist so. throwing du wunderschönen. Ich habe sagt, wie ich es dir? Jetzt kämpfen wir also gegen den verstärkten Flamingo. So, Wethawk. Yay. Ouch. So, äh, du musst erst mal raus, gegen Chopper anbisten. Und dann... Äh, ne, nehmen wir mal dat. Oh, okay. Ach, komm. Äh, ne, nehmen wir nur Chopper. Er kann wenigstens aus der Ferne angreifen. Alter, komm. Oh. Äh, wie oft währt der denn Angriffe damit ab, Alter? Ja. Was? Okay. Moment. Nochmal Redhawk. Machtwesen so ordentlich Schaden. Äh, ja. Heilen kann ich nicht, also zumindest die anderen nicht. Hm, na komm, greif mal so an. Obwohl, ah, ne, shit. Moment, ja. Äh, für dich holen wir mal kurz Burg rein, damit wir das Liedchen trällern können. Hm. Hm. Wow. Okay. Moment, wo ist Chopper? Heilung, alle Heilungbereich, so Ja, komm, ey, noch mal Ja, ist klar, ey Och, Bengel Mann Ja, ja, mit Waffi, bla bla Mann, ey So Ja, genau, Alter Hat der Lack gesoffen? Natürlich ist er wieder dran Ja, komm, leck mich doch, Alter Echt jetzt Mann, bist du jetzt nochmal dran? Nicht? Oh Mann, ey Ey, das ist echt Na, komm, nehmen wir das Wieso ist der schon wieder dran, ey Wieso? Mann, das ist so ein Beschiss So Mann, ey Na, na klar ist er dran So, Moment Dat da So, und jetzt mit Waffi Komm Hoffentlich reicht das jetzt Na komm Jawohl Jawohl In den Staub Mit dir, Alter Oh, Mann, ey Luffy Luffy Oh, Mann, ey Gero Ike Oh E Jos Jawohl Sze BUNDMAN! GOMU GOMU NO! GOMU GOMU! Oh! Hehehehe... Ich habe mich auf meinem Gesicht gefühlt. Ich habe mich hier gesehen. Ich habe mich nicht nennen. Ich habe mich nicht so gut gemacht. GOMU 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 und GOMU GOMU! Ich habe mich nicht mehr als möglich. Ich kann das nicht verletmen! GOMU GOMU GOMU! 16発 no聖なる冗談 ロットンスレッド KING OF KONTEN KIND! Oh yeah! Oh, die King Kong Gun. Geil. Zauber hat die Gruppe verlassen, Lord hat die Gruppe verlassen. Na denn? Ah, so, mal wieder keine Vertonung, aber die Menschen waren den Kriegern dankbar, die sie aus ihrem langen Albtraum befreit hatten und lobten sie in den höchsten Tönen. Aha. Höre den Bewohnern zu. Okay, Chef. Das kriegen wir hin. Ja, okay. Es sieht ja gar nicht ähnlich, dass du dich in der Stadt umsehen willst, bevor wir zurückgehen. Ich bin halt neugierig. Wir können uns doch umsehen, oder? Nein, sie scheitert. In Ordnung, dann wollen wir mal. Wenn wir fertig sind, können wir zurück zu den Sonnenblumen und feiern. Okay. Wer seid ihr? Was, die haben die Flamingo besiegt? Ähm, danke. Ja, bitte. Keine Ursache. Wird nicht wieder vorkommen. Wow, wow, wow. Hallo, hallo, hallo. Nicht so ruckeln. Nein, falsch. Falsch. So, Moment. Bevor ich mich dem da widme, will ich erstmal alles einsammeln, was hier so rumfliegt, etc. Zack. Dat da zum Beispiel. Hallo. Oh, Mann. Zuckerspur. Okay. Da ist noch was. Hier. Ich wollte sagen, hier oben ist doch bestimmt auch was. Ich kann, dass man da auch nicht rüberspringen kann. Das ist auch so ein Ding. Okay. Halt. Aber das habe ich bestimmt schon kaputt gemacht, oder? Oh, nee. Na dann. Oh, da oben. Da oben ist was. Da oben sind Würfel. Komm her. Zorro und Frankie. Ooh, Baby. Nice. Als erstes reparieren wir diese Palastmauer. Wir haben nicht genügend Werkzeug und Materialien. Aber tun wir, was wir können. Wir bringen die Stadt wieder auf Vordermann, auch wenn es nur langsam vorangeht. Mhm. Die Leute sind wirklich stark. Dann weiter. Okay, Waffi. Jo. Gehen wir. Na dann. Ah, die hier. Okay. Der Albtraum ist einfach nur endlich vorbei. Wir sind gerettet. Ja. Was willst du jetzt tun, Waffi? Wenn du ihnen sagst, wie du heißt, geben sie dir wahrscheinlich was als Dankeschön. Kein Grund mehr zu danken. Deswegen habe ich den Typen nicht ausgeschaltet. Vergiss es, Lieben. Ich krieg langsam Hunger. Gut. Wem soll ich noch zuhören? Äh, Moment. Hier lang? Oha. Na denn? So, komm her, hier. Nimbus-Spinne. Hallo, Roster. So, was ist mit dir hier? Oh, da sind die Stroh-Piraten. Die wahren Helden und Retter von Dressrosa. Hä? Ja, da hast du recht. Aber ihr wollt das Land doch nicht erobern, oder? Und ihr versucht auch nicht, uns reinzulegen. Seht ihr? Das hatte ich mir gedacht. Lieben, das halte ich nicht mehr aus. Ich habe Hunger. Wie kommen wir wieder zurück? Den Aufzug da drüben und dann schmeißen wir eine Party. Okay. Ah, danke, dass ihr Dressrosa gerettet habt. Okay, Chef. Mann. Lass mich weiter. Er gibt dich zum Aufzug. So, erstmal speichern. Und dann gucken wir mal, ob Liebe uns wirklich die Wahrheit sagt. Und dann gucken wir mal. Willkommen. Ich werde dir das Lüffi geben, aber ich werde dir das Lüffi geben. Oh, lass mich auf! Ich glaube, dass du mit dem A.S. zu ähnliches sagen kannst. Lüffi ist sehr久, dass du mit deinem Gehirn kennenzulernen kannst. Das ist doch nicht so, wenn ich mich nicht mehr so, wenn ich mich nicht mehr so mache. Was ist das so? Wie ist das? Willst du Luffy für mich nicht mehr so? Nein, für ihn. Ich habe einen großen Geld gemacht. Ich glaube, ich will das schnell wieder zurückkommen. So, ähm, sprich mit Lim, okay? Was haben wir denn hier noch? Wir haben mal Rebecca. Werde ich jetzt mein Glück finden? Hm, vielleicht. Hm, was, das werde ich. Ach so, siehst du, apropos ihre Eltern. Wir haben Kyros gar nicht gesehen. Oder den König, ne? Okay. Joa, gut, dann... Sprechen wir mal mit Lim. Willst du zurück nach Warford? Ja, gerne. Ab dafür. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück nach Warford. Wir sind wieder zurück nach Waffeldo. Wir sind wieder zurück nach Waffeldo. Ja, das stimmt. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Das war's für mich. Ich habe mich wegen der Waffel-Den. Ich habe mich in Waffel-Den. Das war's für mich. Ich habe mich nicht gewonnen. Was ist das, Rimm? Was ist das, Rimm? Du bist ein敵er? Ich bin nicht ein敵er. Ich habe mich für mich nicht gewonnen. Ich habe mich nicht gewonnen. ? Was habe ich für mich? Wie soll ich denn das Ziel aus? Was sind They? Was ich für mich? Was wollte ich für mich? Ich wollte das von Diener der Fülle-Den. Und dass wir sich Wie viel von Diener der Fülle-Denzen haben musste, der die Fülle-Denzen hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Aber... Ich habe das Gefühl, dass ich mich für alle einen schweren Gelegenheiten habe. Ich bin wirklich entschuldigt. Ich weiß nicht, aber... Vielen Dank für mich. Ich habe alles geöffnet. Ich habe alles geöffnet. Danke, Rufi. Alle! Wenn ich auf Waffeldo komme, dann werde ich weiter. Ich wusste, was ich mit euch zu tun? Was ist das? Äh, hä? Okay. Hä? Äh, brr, nee, sonst keiner mit einer Story-relevanten, sag ich jetzt mal, Erzählung. Aber Robin will ich nochmal fragen. Wir sollten dem zuhören. Ja, soviel dazu. Gut. Adio versucht den Sturm um Vafor zu beenden, damit er wieder bei seinen verschollenen Leuten leben kann. Äh, warum? Hä? So, warum wurden Adios Leute getrennt? Äh, ich werde gleich so viel Geld geben. Luffy, lass uns! Äh, eigentlich nicht so viel Geld geben. Adio hat sich was? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich habe einen Mann mit 4-kugeln, weil er sich in den Kriegen befindet. Er hat gesagt, dass Adio er nicht verletzt hat. Y-Yonkou? Wer hat den Weg gebracht? Er hat gesagt, dass er die Freunde verletzt. Er hat gesagt, dass er die Welt verletzt. Er hat gesagt, dass er nicht verletzt. Was wir war in der Zeit? Her war es eine Art Schatz. Sie steht auch in der Lande und den Wachstum. nicht mal so. Aber diese job hat dieses Mal zu verstehen. Das habe ich gesagt, was sie für das Wachstum. Dass die Wachstum im Wachstum über den Wachstum auf der Wachstum. Was ist Wachstum? Was ist das, was ich so... Das ist, was macht es so gut? Was... Ich sage es, was Schatz im Wachstum? Ich weiß nicht, was ich? Seit 200 Jahren, Waffeldo war in der Welt. Wie war die Welt in der Welt? In der Welt, die Welt war in der Welt. Waffeldo? Auf der Welt? Ja. Vor 200 Jahren, diese Welt war in der Welt. Die 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 Welt war für die Welt zu wissen, aber die Welt war in der Welt. Was? Die Welt war in der Welt. Die Welt war in der Welt. Die Welt war in der Welt. Das war das komplett mit. Das ist eini schlafen. Die Welt war für die Welt. Das war die Waffel. Das war die Waffel. Ja, das war die Waffel. Sie haben immer noch einen Ort, der die Waffel in der Welt geschehen. Und die Waffel haben sie gesehen. Die Waffel haben sich selbst in der Waffel. Aber ich habe mich über die Waffel, die Waffel, die Waffel, die Waffel, die Waffel, die Waffel, die Waffel... Das war's für heute. Das ist eine große Herausforderung. Ich bin nicht mehr mit meiner Frau. Ich hatte auch keine Geheimnisse, die in der Vergangenheit verletzen. Ich habe auch die Wurzeln und keine Kugel-Greifen. Sie haben auch die Wurzeln. Wurzeln. Die Leid, die Wasser, die Wurzeln. Ich werde die Wurzeln bei uns mit den Helden umgebracht. Das ist nicht so ein Tag. Das Heilige Worte hat sich nur für die Kraft des Todes gefordert. Adi, wie sie ein Gehirn haben? Das ist eine große Herausforderung. Die Heilige Worte sind die Heilige Worte in der Mitte. Das ist so, was ich? Also, Adio ist ein Wachstum mit einem anderen Wachstum, um mit einem Wachstum zu leben und einem Wachstum zu leben. Das ist wichtig, dass die Menschen die危険ige Wachstum zu leben. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade die Wachstum von Adio sein und die Erichwachen. Ich wollte auch mit dem Wachstum von Adio sein und den Wachstum leben. Aber... Aber... Aber? Wie will du dich? Ich will nicht die Ardeo! Ich habe mich mit diesem Wettbewerb. Was soll ich tun? Ich will nicht die Ardeo für dich. Ich will nicht die Ardeo für dich. Genau. Wenn du so決stest, dann kannst du es gut. Ardeo ist auch sicher. Ich verstehe. Wenn du alles gut geht, Ardeo ist auch mit dem Waffleden. Hey, Rimm! Rimm! Rimm-san! Rimm-san, zeigen dich bitte! Was ist passiert jetzt? Rimm- этот wird aus Monte! ��가繼續 volt! Äh, okay. Der Würfel wurde absorbiert und die Stärke der Strohhüte ist zurückgekehrt. Yeah. Ja, King Kong Gun. King Cobra. Oh yeah. Mhm, Todeslöwenlied. Okay, ja. Mhm. Irgendwas Neues noch dabei? Nee, ne? Ne. Okay, Chopper, Robin, Cranky und er ist klar. Äh, okay. Äh, okay. Die Begrüßung ist ein Schauspieler. Die Begrüßung ist ein Schauspieler. Ich bin bald, Buster Call. Ich bin der Kanzlerin, und bin der Kanzlerin zurückgekehrt. Das ist doch gar nicht. Ich bin noch nicht der Kanzlerin. Was ist das Busterkorn? Der Kanzlerin, der Kanzlerin, der Kanzlerin, der Kanzlerin? Der Kanzlerin! Waffeldo ist ein riesiges Waffeldo! Gehen Sie, das ist ein Kampf! Gehen Sie, das ist ein Kampf! Ich bin endlich gekommen... Buster Call! Waffeldo 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 Waffeldo